recht herzlich willkommen zu einer neuen folge planet nomads wir stecken hier irgendwie noch fest und da kommen wir ein bisschen raus aber irgendwie kann man nicht darüber wir müssen gen osten dafür müssen wir so aber wir kommen da nicht hoch wo wir kämen jetzt hier hoch ich weiß nicht kommen wir doch wohl nicht oder doch wir sind schon am rückwärts fahren gut das geht nicht irgendwie wollen wir dann mal vorbei oder als nur ausgestiegen interessanterweise steht er dann auch am hang zieht er wohl beim aussteigen die handbremse an so dass osten wir müssten da lang und wie man es noch mal das war irgendwie jetzt so da hoch geht es erst mal nicht hier ging es nicht lang also hier geht es schon lang aber nicht da lang wo wir jetzt lang wollten jetzt muss man anderen weg finden so hat sie immer grad nix da lang könnte vielleicht eine möglichkeit sein lang zu fahren und komme hier weiter hoch ich glaube jetzt ist hier selber da ja geht nicht doch dann geht man vorwärts dann geht es aber nicht mehr und wenn wir dann loslassen dann geht es auch ganz schnell wieder runter weiter nach rechts geht nicht komm schon noch mal hoch ich weiß nicht was er jetzt macht da rutscht er irgendwie weg oder was geht es noch süden wir wollen aber eigentlich nach osten ich frage ob wir da hinkommen okay das wäre jetzt östliche richtung hier sind wir jetzt hier irgendwie an dieser schwelle vorbei ne ne wahrscheinlich nicht wow jetzt ist der busch dann glaubst du es nicht wir haben volle fahrt und dann ist noch ein busch im weg komm mal da hoch komm schon, zieh dich hoch sieht gut aus, oder? ja, geht verdammt nochmal, ist das ein bergiges Gedende hier, ne? oh ich fahr jetzt einfach runter, egal wie bam so kann sein, dass wir da rüber geschafft haben, wo wir rüber schaffen wollten oh kaum zu glauben, ne? ja weiß nicht, wir sind auf jeden Fall eine ganze Ecke jetzt weitergefahren jetzt hier so steile roh was der fährt so langsam dann sieht das nur so langsam aus hmm weiter geht's auf jeden Fall und wieder vor uns macht sich eine Bergkette breit und wir müssen wieder schauen, dass wir da rumkommen, ne? ja, könnte gehen, ne? ja, könnte gehen, ne? ja, 2,5, aber da kommen wir nicht hoch oder? doch, geht wohl die nicht mitgerechnet so, sind wir rüber aber aber es tut sich der nächste Berg auf, ne? und es gibt Regen und das sind wie es hier weitergeht aber mehr oder so, das haben wir jetzt nicht, ne? dann ist es kühler, Schnee ja obwohl es momentan glaubt, regnet nicht, schneit aber hier ein paar weiße Flecken hier hmm jetzt wird es wieder heller die Regenwolken platzieren sich oder wie soll man das sagen? schon sehr unwegsames Gelände hier, ne? naja, es geht auf jeden Fall voran, das ist schon mal was hier sehen wir hier ein paar Schneeflecken, wo wir höher sind aber so haben wir hier noch und weiter geht's durch diese kohle den berg rauf da gibt es wieder bäume ein paar mehr ja es war wieder ein bisschen schneller und da vorne tut sich schon so ein richtig schöner breiter berg rücken auf da kommen wir gleich bestimmt nicht hoch obwohl sieht doch einigermaßen aus oder täuscht auch nur dass ein berg rücken ist der berg abfahren aus jetzt verschwinden die bäume war wieder aber zu schnell sind okay es geht hier wohl hoch da müssen wir da durch den wald ich glaube wir sehen mal ein bisschen weiter rechts an da könnte es sein dass wir da besser durchkommen oder diese bäume sind irgendwie anders darunter so andere rasen das sieht besser aus das wird er vorbeikommen was auch dieser strauch hier der hält uns jetzt auch naja doch nicht naja wie rum würde ich sagen ja gold das gras ist schöner dieses grüner kräftige so ein baum der leuchtet interessant dann sind hier ein paar rote flecken sowas hatten wir doch schon mal oder das war so in unserer nähe wo wir waren oder schwierig und schneid es wieder auf jeden fall ich gehe eben flach auf jeden fall was haben wir gerade umgefahren da geht es gleich wieder einen berg hoch sieht so ein bisschen an der straße aus ist aber keiner so jetzt geht es wieder hoch ich frage ob wir da hoch kommen aber wo hält sich krabbeln wir mal langsam hoch allerdings hier vor uns lauter steine da ist die frau wo wir durchkommen wir müssen mal einmal ausweichen ich werde sehr bedächtig hier hoch ich werde sehr bedächtig hier hoch ich glaube er geht erstmal ok zieht sich langsam diesen berg hoch ja auf entdeckungstour und mein decken tun wir eben nicht wirklich was ne wenn wir da noch einen motor dran machen haben wir da mehr power gute frage ne und wir steigen mal aus bleibt ihr sowieso stehen gucken dass wir da hier kriegen wir doch bestimmt nur einen dran oder macht er jetzt bei wird Ich will ja keinen noch mehr bauen. Tja. Hm, da wird er hingehen, ne? Da baut er auch vorne. Oh, tiefer gelegt. Hm, 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 hm. So. Und dann... Connect... mit dem. Und Connect... mit dem. Und dann... wieder zurück. E. Und dann gucken wir, ob er... dadurch schneller werden, aber... Hm, ich glaube nicht. Nee. Das war nix. Jetzt schwebe ich, oder was? Oh. Das ist vorne. Ich glaube, das können wir hier abbauen, dann. Ich glaube, das war gut so. Ich sehe jetzt, war nix, weil es hier so dunkel ist, aber ist alles okay. Warte mal, ich muss auf eins und dann einsteigen. So, und vorwärts. Oh, jetzt fährt er nur fünf, eben war es sieben. Also, hm, mit dem Motor hätte vielleicht doch sein können, ne? Wir werden sehen. Den Busch macht er kaputt. Und dann kommt der Berg hoch. Haben wir gleich geschafft, oder? Hm. Den krieg ich gar nicht hoch. Na, jetzt geht's wieder runter ein Stück. Ja, und da geht's wieder hoch. Aber, ich würde mal sagen, an dieser Stelle hier, bleiben wir erstmal stehen. Und, ich würde sagen, wir fahren den Berg dann in der nächsten Folge weiter hoch. Vielleicht finden wir auch zurück, vielleicht sind wir auch mal rum, ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Okay, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.